Jetzt sind wir hier in unserem neuen Bereich. Schaut euch mal um, das ist jetzt der Technikbereich. Und da ich selber absolut gar keinen Schimmer von Technik habe und einfach nur hier bin, weil irgendwer ja gut aussehen muss von den Praktikanten und mir und deswegen habe ich mir den Conor rangeholt. Lieber Conor, können wir noch mal kurz ein bisschen applaudieren. Keine Rocky-Musik leider, aber immerhin etwas. Schön, dass du dich kurz aus der Regie entfernt hast und hier nach oben kommst, um uns tolle Dinge vorzustellen. Und zwar sehe ich hier schon viele bunte Lichter, nicht nur von diesem Set und auch diese beiden Verpackungen hier vorne. Es geht nämlich um eine Tastatur und um ein Headset. Genau, das ist erstmal die Tastatur hier. Sollte man etwas behutsam behandeln, weil Fingerabdrücke sind sehr schnell zu sehen. Was natürlich fatal für jede Tastatur ist. Ja, das ist nicht so schlimm. Die wird dann nicht auseinanderfliegen von, aber das hat leider so einen, wie soll man es sagen, gummierten Überzug und der ist halt nicht wirklich für Fettfinger gemacht. Fühlt sich aber wertig an. Vielleicht kann ja der Christoph mal kurz rumkommen. Scheu dich nicht. Muss sowieso ziemlich viel rumkommen, das Kamerakind heute, weil wir haben ziemlich weh zu tun mit dem Ding. Ja, geiles Teil. Ja, auf jeden Fall. Also, das Wichtige an der Black Widow Chroma ist, dass man 16,8 Millionen Farben für jede Taste verwenden kann. 16,8 Millionen? 16,8 Millionen. Farben? Farben. RGB 222 mal 222 mal 222. Du kannst sie wirklich so individuell einstellen, wie du willst? Richtig, richtig, richtig. Das kann ich auch gleich mal zeigen. Und warum hast du nicht die Nerdser-Farben eingestellt? Och komm, das ist doch gar nicht so schwierig. Du kannst jetzt mal das Headset halten, das gebe ich dir gleich auf. Ich darf das Headset halten. Du darfst es dir auch gleich aufsetzen, aber erst einmal werden wir ein wenig die Beleuchtung dieser Tastatur ändern. Ach so, da wird so eine Software mitgebracht, wo du dann das Teil steuern kannst. So, und da kann ich sagen, alle, also erstmal machen wir meine Standarddinge aus, die sind natürlich nicht so wichtig. So, jetzt ist die Tastatur komplett weg. Wunderlich, aber die geht trotzdem. Natürlich, natürlich, alles kein Problem. Machen wir mal für dich eine schöne Welle. Du kriegst jetzt eine Welle. Guck mal drauf. Ach cool. Regenbogenfarbe, Welle im Regenbogenfang, kann man auch noch anders einstellen. Und das geht jetzt permanent die ganze Zeit? Das kann man auch noch einstellen, dass es auf Tastendruck angeht, auf Tastendruck wieder ausgeht. Was aber wichtig ist an der Tastatur, das ist eine mechanische Tastatur, das heißt, die Tasten sind sehr, 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 sehr stabil. Die halten dann lange, ne? Richtig, 60 Millionen Anschläge pro Taste. Bei anderen mechanischen Tastaturen ist es weniger, 50 Millionen, das ist auch noch eine ganze Menge, aber 60 Millionen durch diese neuen Razer-Schalter, die da drin sind, ist megamäßig viel. Und ich glaube, das werde ich in meinem ganzen Lebensspanne von dieser Tastatur nicht schaffen, diese 60 Millionen Tastenanschläge hinzukriegen. Wichtig ist aber auch, ich zeige hier noch ein bisschen von der Tastatursoftware, beziehungsweise von den tollen Farbeinstellungen, die es gibt. Die Welle machen wir mal wieder aus. Da muss der liebe Christoph hier wieder rumkommen. Und wir machen einen Plätscheineffekt. Ach, das ist mit dem Tippen, glaube ich. Richtig. Ich lege mal das Headset hier unten hin. Moment, das kann ich auch anders einstellen. So, plätschern an. So, jetzt haben wir die Standardtasten von mir. Soll ich mal drücken? Und jetzt drück drauf. Wow. Das dürfte auch noch plätschern. Das sieht man schlecht wegen dem ganzen Licht hier, aber wenn er richtig drauf hämmert, ist das kein Problem. Aber ist das auch nach Druck? Ne, ne, ne. Aber ich meine, wenn du schneller tippst, dann plätschert es auch besser. Aber was du auch merkst, ist, dass so eine Tastatur recht laut ist. Und ich habe die schon ein bisschen gedämpft. Da gibt es ja diese Möglichkeit… Ich gehe mal mit dem Mikro rein. Das ist die ungedämpfte Version. Das ist die ungedämpfte. Warte, Achtung, ungedämpft. Und jetzt gedämpft. Das ist ein großer Unterschied für dich. Ich hoffe, man hat es sogar… Es sah nicht nur doof aus, sondern es hat auch tatsächlich… Also hier in echt hört man das in echt besser. Aber ich glaube, das ist für die Mikrofone so eine Frequenz, die man nicht so gut hört. Vor allen Dingen für Let's Play ja vielleicht auch wichtig, ne? Wichtig. Wirklich da dann auf der Tastatur auch rumkloppen und dann die ganze Tastengeräusche ist nicht so geil. Ja gut. Das siehst du jetzt, Marci, siehst du nicht. Aber wenn wir das hier mit der mobilen Kamera mal einfangen. Die Tastatur hat hier drei Slots. Einen USB-Slot, einen Mikrofon und einen Kopfhörerslot. Und die gehen direkt an den PC weiter. Das heißt, man kann sein Headset da dran anschließen und hat keine Sorge, dass es irgendwie andere Soundeigenschaften hat. Die gehen dann direkt in die Soundkarte des PCs rein. Das finde ich ganz nett, dass man auch sein Headset daran anschließen kann. Natürlich. Dazu muss man aber dann auch wieder einen Slot am PC opfern. Ja. Na gut, in der Regel machst du ja auch nicht mehrere Sachen dran. Es gibt bei der PC-Software noch diverse Einstellungsmöglichkeiten. Die kann ich auch mal zeigen, indem ich hier die Tasten anpasse. Vielleicht sieht man es mit der mobilen Kamera. Man kann pro Taste wirklich die Tastenzuweisung machen. Eine Standardzuweisung ist natürlich, wenn ich jetzt die Taste D hier habe, dass D gedrückt wird. Ja. Natürlich kann man aber auch sagen, die Taste ist deaktiviert, dann ist die Taste D gar nicht an. Also, falls man zum Beispiel beim Spielen aus Versehen immer auf eine Taste kommt, die anstört, dann stellt man die eben aus. So ist das. Und das könnte man speichern, mache ich natürlich nicht. Ich brauche natürlich das D. Aber kommen wir doch… Für Wörter wie Dildo, Döner, Domina, Dödelmann… Genau. Wörter, die man alltäglich… Nerdstar. Genau. So. Aber wo du jetzt das Headset hier noch hattest… Oh, hast du es hingepackt? Hier unten habe ich es hingepackt. Da macht das richtig gut. Pack das gut weg. Du siehst am Headset, dass es zwei leuchtende Ohrmuscheln hat. Ach so. Ja. Das sind diese roten Dinger da. Und das kann man jetzt auch ändern. Die Beleuchtung kann man so ändern, wie man möchte. Zum Beispiel kann man eine… Oh, wie sieht man es hier? Naja, das ist ein bisschen schwierig. Ich mache mal einen Spektrumwechsel an. Ach cool. Und das Spektrumwechsel kann ich auch einstellen. Guck du jetzt mal auf die Tastatur. Tastatur, Spektrumwechsel, ist jetzt lila. Guck auf das Headset, ist auch lila. Ach cool, das ist synchronisiert. Ist dann auch die Wellen darauf? Nein. Die Wellen gehen nicht, es ist nur Spektralwechsel. Aber diese Wellen? Gingen das? Nein, leider nicht. Das ist nicht möglich. Es gibt auch ein statisches Licht, das ist langweilig, das brauchen wir jetzt nicht zeigen, oder ein atmendes. Ich mache mal ein atmendes in Nerdstar Blau oder so ähnlich. Nerdstar Blau ist übrigens 100 Prozent Zyran. Genau. Jetzt guckst du mal hin, da ist das halbwegs 100 Prozent Zyran, was da draufkommt. Ja, das sieht schon Sinn. So halbwegs, ne? Können wir ja beim Kuchen mal daneben halten. Der Kuchen ist ja Nerdstar getreu. So, Marci, jetzt setzt du dir mal das Headset auf. Ja, weil da gibt es nämlich ein kleines Problem oft bei Leuten, die mir, die eine Brille tragen und dann diese Ohrringe halt haben. Ist schwierig oft, weil es drückt nach einer halben Stunde, fängt es schon an zu drücken. Und das wirst du sofort merken, leider. Warte mal, habe ich ein bisschen Geschmärtspiel? Ja, weil du ein bisschen mehr Spiel hast. Ich mache das schon. So, also so geht es noch, aber nach einer Zeit wird es ziemlich drücken und du wirst mich auch nicht hören, oder? Noch ein bisschen geht, aber es dämpft schon eigentlich. Es dämpft ziemlich ab. Das Headset hat einen recht basslastigen Treiber drin, das heißt, es geht runter bis zu 10 Hertz und 10 Hertz ist ja eine ganze Menge Bass. Geht auch hoch bis 100 Kilohertz, also ist alles ein guter Bereich. Was auch noch wichtig ist, das hast du da an deiner rechten Ohrmuschel, bzw. von mir ist es rechts. Ja, das hier, ne? Das, was da leuchtet, das kannst du mal rausziehen. Ach, das kann man rausziehen. Das kannst du rausziehen, das ist das Mikrofon. Ach, cool. Das kann man gut verstecken in der Ohrmuschel, das heißt, das Mikrofon ist wirklich komplett eingedreht. Ist ein digitales Mikrofon, das heißt, es geht auch über den USB-Slot von dem Headset, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Mikrofon, was wir jetzt hier benutzen. Ansonsten ist es ein bisschen gedämpfter, hat ein paar Nebengeräusche, ist nicht gerichtet und somit würde ich es nicht unbedingt auch für Sprachaufnahmen verwenden, aber für ein Teamspeak geht das auf jeden Fall. Aber was ich schön finde, ist einmal, dass man es so schön einfach reinschieben kann. Richtig. Geht das dann automatisch auch aus? Wird das dann aktiviert durch das Rausziehen? Pass auf, das Ding ist aus, wenn es hier leuchtet und da gibt es so eine kleine Taste dran, da kann man es aus- und anmachen. Das sieht man fast gar nicht. Ja, kann ich mal? Ach, da ist die. Ja, ich sehe sie. Ja, man fühlt sich aber. Sie hatten einen schönen Widerstand, dass man nicht jetzt auch erst das Headset abnehmen muss, sondern man kann auch so fühlen und drücken. Das wäre mir zum Beispiel wichtig. Ist ganz geil, das lässt sich auf jeden Fall total verstellen, wie man will. Genau. Ist so ein weiches Gummi und lässt sich sehr gut irgendwie an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Kurze Frage aus eigenem Interesse, wenn ich jetzt das Mikrofon drin habe und dann sprechen würde, ist das immer noch okay oder muss ich es rausziehen? Es ist, wenn du es drin hast, aus. Dann wird die Taste direkt gedrückt, da ist nämlich so eine Art Widerstand dafür da. Ah ja, alles klar. Das Mikrofon kann man, wie gesagt, wieder einfahren und das Headset kann man auch ein bisschen einklappen. Ich weiß aber nicht, wofür es jetzt gut ist. Es geht minimal, aber es ist ein bisschen schwer zu tragen, finde ich. Ja, aber ansonsten ist es halt, also man hat hier oben leider wenig Polster. Das finde ich auch, das drückt ziemlich auf dem Kopf nach einer Zeit. Ich habe es jetzt wirklich ungefähr zwei Wochen im Dauertest gehabt und in diesem Dauertest habe ich immer ziemlich Druck auf dem Kopf gespürt, weil es ist kein gutes Polster. Vielleicht ist da aber auch einfach so viel Wissen drin. Das kann auch sein. Ich habe sowieso so ein Delle im Kopf hier. Ja, das drückt dann auch. Richtig. Na ja, okay. Das wäre das Headset. Das wäre das Headset. Kritische Stimmen dazu aus dem Chat, wenn die erlaubt sind. Natürlich. Ja, also ich höre hier zum Beispiel vom Ambro, der gesagt hat, er hat es einen Tag lang gehabt und muss es weggeben, weil der Treiber nicht funktioniert hat bei ihm. Oh, okay. Und ohne Treiber ist es nicht zu gebrauchen, sagt er, zack, direkt raus. Nintendo schreibt oder kritisiert eine generell miese Verarbeitung von Razer-Geräten grundsätzlich. Miese Verarbeitung und minderwertige Materialien. Ist natürlich ein hartes Wort. Das kann man nicht so pauschalisieren. Es gibt auf jeden Fall Geräte wie zum Beispiel die Tastatur, die ist verdammt gut verarbeitet. Ich finde auch wirklich, dass die Tasten fast kaum irgendwie hin und her wackeln, wenn man da drüber fährt. Also es ist wirklich gut verarbeitet. Also die führt sich auch in der Tat wertig an, aber ich muss halt ein bisschen schon zustimmen, das Headset ist auf jeden Fall kein High-Class-Headset. Das Headset ist auf jeden Fall kein High-Class-Headset. Das ist natürlich auch jetzt mal Tachel ist, wohl nicht, dass er noch preislich ist. Aber ich muss ehrlich sagen, das Headset ist relativ teuer mit 100 Euro in dieser Chroma-Variante, also dass es leuchtet. Es gibt das natürlich auch ohne Leuchten, da kostet es 10 Euro weniger. Und die Tastatur ist aber auch wirklich so der Knackpunkt. 170 Euro ungefähr. Nur gibt es diese Variante in der deutschen Tastatur-Layout und im amerikanischen Tastatur-Layout. Es gibt aber auch diese Tastatur in einer lautlosen Variante, da gibt es es aber nur in einem amerikanischen Tastatur-Layout und ist nur über die Razer-Seite zu beziehen. Also wer keinen Bock hat, dass das Ding hier so rumklickt, der kann sich bei Razer, wenn man die haben möchte, die auch in einer Silent-Variante holen. Gibt es das auch jetzt für die Mac-User? Natürlich, es gibt es auch als Mac-Version, beziehungsweise für Sims dann. Viel mehr Spiele ist er vielleicht nicht. Nein, doch, Counter-Strike geht auch. Und für Counter-Strike und für Shooter ist das wirklich auch eine super Tastatur. Die ist verdammt schnell. Und wenn man da richtig drauf hämmert, dann merkt man schon, dass die ordentlich was aushält. Ist aber natürlich echt. Also wenn ich mir jetzt überlege, für dieses Paket knapp hier meine 300 Euro zu bezahlen, das ist schon echt ein Batzen Geld für so ein Headset und eine Tastatur. Die Tastatur, da kann ich das noch irgendwo nachvollziehen, weil es erst einmal diese netten Spielereien hat. Richtig. Sie fühlt sich wertig an und sie hat ja, wie du gesagt hast, eine sehr hohe Lebensdauer. Genau. Bei dem Headset müsste man sich nochmal im Detail mit auseinandersetzen. Also die Verarbeitung jetzt, wie schon im Chat gesagt, nicht jetzt extrem hochwertig. Müsste man schnell schauen, ob es halt im Langzeit-Test standhält. Ich will keine Werbung machen, aber für die Preisklasse gibt es auf jeden Fall bessere Headsets. Ja, okay. Und der 7.1 Sound von dem Headset ist auch wirklich nur virtuell. Das ist ein 2.0 Headset. Das heißt, der Sound wird einfach emuliert. Das muss man bedenken. Ist kein richtiges 7.1 Headset. Und es gibt auch nur ein einziges 7.1 Headset, aber das ist auch von Razer. Alles klar. Ja, gut. Conny, hast du noch was? Eigentlich, es gibt die ganzen Sachen natürlich noch nachzulesen auf nerdstar.de. Erstmal die Tastatur, die ist jetzt sofort schon online und das Headset mache ich noch mit ein paar Tonbeispielen, also von dem Mikrofon fertig. Und dann ist das auch die nächsten Tage vorhanden. Alles klar. Das ist auf jeden Fall schon mal ein netter Hinweis. Also auf nerdstar.de, wenn man nochmal die Tastatur nachlesen möchte und das Headset folgt die nächsten Tage. Vielen Dank, Conner, dass du dir Zeit genommen hast, hier das Teil mal vorzustellen. Und das war es hier mit der ersten Ausgabe unserer Technikversion in der Live Edition. Genau. Geil. Ja, finde ich ganz schön geil. So, ich mache das gerne. Ich mache das gerne.